Da ist der Oberstufe weiter, am Brennen, von über 8000 km pro Stunde, schnell. Der Booster fliegt Richtung Startplatz. Wir werden versuchen, auf dem Tower zu landen, wo sie gerade eben gestartet sind. Wie absurd ist das, Bittchen? Okay, der Booster über 3000 km pro Stunde, schnell. 70 km wird immer schneller, ihr seht das. Zu ab 30 km sollte er deutlich langsamer werden durch die dichte Atmosphäre. Es wird keine Entrybahn durchführen, wie die Falcon. Das ist ein anderes Eintrittsprofil und robuster wohl. Ihr seht, gleich 4000 km pro Stunde, schnell. Der Booster, das sind bitte schön für coole Aufnahmen. Wir werden versuchen, in der Basis zu landen. 30 km, Achtung, gleich müsste die Geschwindigkeit langsamer werden. Ihr seht da das Abgas, seht ihr das? Auf der rechten Seite der Booster, an seinem eigenen Abgas steht er gerade vorbei. Die Treppe, die Geschwindigkeit, kommt runter. Ihr seht, wie es langsamer wird, das ist jetzt alles durch den Luftwiderstand. Und das glüht tatsächlich. 13,19, die muss sie gleich zünden. Gleich Unterschall schnell. Ich glaube, das hier alles nicht. Oh, 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 oh. Fündung, alle Triebwerke der inneren. Oh, 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 oh. Ah, ah, drei Triebwerke. Nee. Come on, come on, baby. Come on in. Come on. Come on, come on. Die sind doch völlig beknackt. Es darf nicht wahr sein. Es ist vorbei. Raumfahrt ist durchgespielt. Ich glaube das nicht. Ein 71 Meter hoher Booster, der gerade im Weltall war. Und wie wir waren live dabei. Davon werden wir noch unseren Enkeln erzählen. Ich glaube das hier alles nicht. Da könnte noch was explodieren. Da ist ein kleines Feuer. Sie müssen ja die Resttreibstoffe da rauslassen. Und sie haben keine Feuerlöschsysteme offensichtlich aktuell installiert. Und da eine Feuerlöschung könnten. Ein bisschen Parallelen zu SN10. Und ihr seht da die Frostmarken. Ich hoffe undai das auge mit uns mit uns потом. Ich bin ja es nicht gewiss. Ich bin ja es nicht gewiss. Hier geht es noch.